Ach ja, da steht Amazing Casino. Das mit dem Maze habe ich beim letzten Mal nicht richtig gelesen. Das heißt, schön Labyrinth jetzt. Aber egal, wenn da richtig gute Musik gespielt wird, dann ist das auch okay. Ja, von mir aus das. Ja, okay, warte, 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 warte. Ich muss mich jetzt erstmal auf solche Sachen hier einstellen. Das mit Timing und, naja, das könnte sein, dass das ungemütlich ist. Aber ist in Ordnung. Vielleicht sind wir ja in der Lage, das zu schaffen. Ist das hier Waluigi Pinball oder was haben wir hier? Oder was soll das sein? Im Turtles Remix? Nee. 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 Leute, das nicht. Bitte, bitte nicht sowas. Das ist das Gift für mich. Das ist einfach auch für mich eigentlich unmöglich. Ah. Nee. Hau ab. Ich brauche jetzt erstmal hier so eine Feder. Eins. Drei. Drei. Und da nehmen wir doch. Ja. Och nein. Bitte nicht nochmal sowas. Ah. Jungs und Mädels, da machen wir Fuchsi hier. Nee. Ja. Nee. Ist für mich unschaffbar. Sorry. Dafür bin... Also das geht wirklich über meine koordinativen Fähigkeiten heraus. Ist einfach Ende. Ich habe hier meinen Meister gefunden. Der SMW-Meister ist da. Es war kein Walljump. Es war das hier. Äh, warte mal. Warum bist du denn da schon gestartet hier? Hör mal. Ich habe doch daneben... Ach. Das ist AOE und... Na gut. Na gut. Amazing Casino. Leute, es geht nicht. Es sieht vielleicht so einfach aus, aber... Aber für mich ist es das nicht. So. Das hier weg. Und jetzt holen wir uns hier eine Feder. Eins. Zwei. Drei. Und zack. Da ist sie. Moin. Die nehmen wir mit. Hier sind zwei Würfel. Das tut mir jetzt leid, ne? Aber... For the sake of everything. Ne. Es ist... Das geht ja auch nicht gleichmäßig. Das macht immer... Tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak-tak. Ne. Ich schaffe es einfach nicht. Boah. Ich glaube, normal drüber laufen geht. Ich hab's langsam raus, Freunde. Yo. Und hier oben ist Secret Exit. Nee, ist es nicht. Ich meine, es ist ein geiler Level. Aber das kriegt mich nicht hier. Boah. Ja, mit ein bisschen Übung geht's. Das ist wie alles im Leben. Midway. Midway. Nee. Nicht nochmal abflammen hier, bitte. Lass mich jetzt hier in den Midway rein. Ja, das ist geil. Danke. Oh. Weil mit so einer Feder bist du ja in der Lage, das ist alles irgendwie mal so ein bisschen zu... Was war denn da los? Ach, die haben jetzt ein... Ah, da wäre... Ja. Ja, gut. Da wäre theoretisch was drin gewesen, was mir hilft. Wäre das in Ordnung. Dann machen wir das ohne. Geht auch. Ja. Ja. Ein bisschen Geld. Ich weiß nicht. Warte, warte, warte. Natürlich nicht. Ja. Nee, warte. Nee, warte. Oh, nein. Der war doch... So. Guck an. Ja, hier mit dem jungen Mann müssen wir aufpassen. Ich habe nicht genug Sicht. Aber das ist eigentlich ganz cool gemacht hier. Oh, nö. Mach doch nicht noch mit Gegnern hier. Ah. Ah. Ei, 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 ei. Oh, nee. Nicht nur für Geld. Nein. Oh. Wo muss ich denn jetzt lang, hör mal? Nee, da ist nur Euro. Ich gehe einfach hier runter. So. Ah. Ja, das Ganze noch im Premium-Modus hier. Ja. Am Arsch. Das funktioniert nicht. Ah. Da brauche ich eine Feder. Sonst wird das hier gar nichts. Pfff. Ah. Ja, gut. Gönn mal Feder rein jetzt. Nee. Da kommt doch gleich einer angeflogen. Ich weiß das doch. Ja. Da ist er. Moin. Ey. Ach, komm. Hallo. So. Ja, ich spring hier, ne. So, hier war doch gerade. Da war doch gerade noch ein extra. Wo habe ich mich das eingebildet? Ich glaube, das habe ich mich eingebildet. Ich glaube, das war einfach nur so ein Zauberpixel, der gesagt hat, yo. Ich bin halt ein Zauberpixel. So, da muss ja auch gar nicht drüber diskutiert werden. Amazing Casino. Amazing Casino. Nochmal rein jetzt hier. Aha. Ja, dann machen wir das hier. Okay. Ah. Der war schneller da, als ich dachte. Ja, bis hierhin noch machbar. Ach komm, hier muss ich speichern, weil das nämlich schon frech ist hier. Da oben ist nur noch so eine blöde Münze. Die brauche ich nicht. Ach, genau. Hier extra für mich, damit ich da oben nicht lang gehe. Nice. Kann das hier mal das hier sein? Ah, da oben ist eine Disco-Shell. Ausgewichen. Oh, Stress. Ei. Das mit den Flammen ist blöd, weil man das nicht sieht. Okay, Kinder. Maddy Regel greift. Sie greift. Ja, einfach durchboosten hier. Juft. Ach nein. Ja, tschüss. Ah ne, den gibt's dann nochmal. Äh. Ei, 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 ei. Ja. Ja, ja, ja. Oh. Das Schwierige ist, weil es so die Hälfte von dem Ganzen, was sich versucht umzubringen, hier gar nicht sehen kannst. Die sind alle da, theoretisch, aber eigentlich auch nicht. Oh. Zack. Ja, ich... Spin-Jump ist auch nicht mehr das, was er mal war. Nee. Warten. Raus. Triggern. Ja, dann haben wir auch keine Probleme mit den Flämmchen hier. Wie das ist? Kennt ihr das in Videospielen, wenn alles cool ist, aber dann kommt eine Mechanik wieder und du denkst dir, äh, nee. So ein bisschen wie Stabhochschwung hier auch. Da ist er auch richtig Panik vor, denke ich mal. Nö. Gut. Lassen wir es mal jetzt hier gerade sein. Ja, komm. Damage Boost. Nein, doch kein Damage Boost, weil Dinger im Weg. Oh, Mann. Das ist... Also, die Szene hier ist Müll. Sorry. Hoffentlich muss ich das auch machen. Ja, das ist nett. Ach. Power up, Leute! Nicht hier so ein Schmarotzi. Och. Nee. Ich hoffe mal, ich bin mal gleich durch mit dem Blödsinn hier. Das ist doch... Langsam geht das hier doch, ne? Langsam knistert das hier im Kopf. Na. Machen wir das so rum. Den hier kann ich ausmanövrieren. Und dann bin ich schnell genug, um das Ding kaputt zu machen. Ich glaube, das kommt aber wieder. Der kommt hier hoch? Nee, schade. Nee. Weil... Also, sagen wir es mal so. Auf dem Papier ist die Mechanik echt cool. Aber welche ist denn das nicht? Ah, der kommt durch die Wand! Sack her mei! Mhm. Ja, das sieht richtig aus. Ah. Nee, das sieht falsch aus. Obwohl, warte, 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 warte. Ja, jawoll. So ist es doch gut. Aber ich muss es bestimmt normal machen. Das sah ein bisschen nach Secret Exit da rechts aus. Ja, mit Sternchen da durch die ganzen... ganzen Stacheln durch. Denke ich mir mal. Warte mal. Da gibt es zwei Exits. Aber ich habe hier nicht so ein Schlüsselsymbol. Warte mal. Nee, normalerweise wäre hier doch ein Schlüsselsymbol, wenn ich jetzt so ein Secret Exit hätte. Nee, dann lasse ich doch. Da war gerade ein toter Luigi. House of Illusions. Alles klar. Das sieht zu freundlich aus. Ich trau den Braten. Rein hier! Moin! In diesem Haus werden die Objekte anders agieren, als sie normalerweise machen. Für besser oder für worse. Stay away from the coins. Okay. Ah! Ja, danke. Ach so, so einer bitte. Ja, dann. Ah! Also alles, was... was normalerweise nett zu mir ist, ist jetzt böse zu mir. Ja. Aber das ist ja dann hardest trial and error. Ja, das zum Beispiel. Funktioniert ja nicht. Wie soll ich denn das dann wissen, Hümer? Ach, werden wir schon rausfinden. Hm. Nein. Ach, okay. Kann ich nicht drauf landen. Ja, gut. Nehmen wir uns mal einen riesigen Block mit und schreiben alles auf, was wir jetzt neu gelernt haben hier. Ah, zum Glück schmeißen sie uns hier direkt am Anfang ein extra Leben rein. Was jetzt egal ist, aber später, wenn wir dann mal wirklich was machen wollen, können wir da einfach startselecken und dann haben wir alles, was wir brauchen. Ja! Auch so... Ei, 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 ei. Aha. Bist du denn mein Freund, oder was ist... Nein, niemand ist dein Freund, Mario. Ah, scheiße. Äh... Ui, ui, ui. Das war knapp. Knapp dran. Nein. Nein. Äh, äh, äh. Okay. Es sieht so aus, als wenn ich da irgendwie hoch könnte, finde ich. Oh ja, das war blöd. Da war zweimal Uigi beim Feiern. Ich finde, das hat er sich auch irgendwann verdient. Okay. Jupp, jupp. Ne. Ne. Ja. Ach so, das ist ein Eerie. Alles klar. Ja, wo soll ich das denn wissen? Die eine ist heller als die andere. Nehmen wir mal die helle zuerst. Ja, okay. Hallo? Okay. Okay, okay. Ah, oh, das ist... Das ist schon schwer. Na ja. Na ja. Das ist ziemlich fly für ein Level ohne Midwaypoint. Aber das werden wir ja jetzt erstmal ausreizen müssen. 830 Sekunden auf der Uhr. Wenn du das schon siehst, wenn du in den Geister auskommst, dann weißt du... Aha. Du bist da, um richtig einen auf die Fresse zu kriegen. Die nehmst du hier vom Lebendigen. Diese eine Szene mit dem umgedrehten Block da oben. Mit der Decke, gegen die du knallen kannst. Die ist gefährlich. Und ich finde, das sind auch eine Menge Gegner jetzt hier, oder? Dann sehe ich das alleine nur so. Ne, das ist unserer aller Meinung, nicht wahr? Ja. Finde ich. Oh, rein hier. Hallo. Hallo. So. Ja, ich verstehe, wie der Level läuft. Ich mache ihn schon zum zehnten Mal. Okay, dann gehen wir hier oben lang. Das kriege ich nie hin. Dann muss ich warten, glaube ich. Ich weiß, warten widerstrebt einem gerne mal in solchen Mario-Hacks. Aber das manchmal... Manchmal steht das auf der Uhr. Manchmal muss man das machen. Hier zum Beispiel. Das ist eine schlimme Szene da. So. Links oder rechts? Beim letzten Mal sind wir rechts lang gelaufen. Machen wir das diesmal doch nochmal. Ah! Oh, okay. Er kommt durch. Er kommt durch. Er rennt einfach durch die Münze. Ihm ist halt egal. Dem tut das ja auch nicht weh. So. Jetzt hier hin. Oh, was war das denn? Was war denn das? Hat er irgendein Schelm einen Safe State gesetzt? Oh, Mann. Ja, das ist ein Geist, der mir nachher kommt. Veiter Klasse. Ja. Geist hier. Beweg dich doch! Ich weiß doch nicht, wolang. Tendenziell eher hier jetzt. Nee. Oh, hoch. Hoch. Diese Kiste hier. Nee, die hier bestimmt auch nicht. Obwohl, warte mal. Besser, man probiert es mal. Nee. Nee. Nee, das hier ist auch noch zu einfach. Oh, das ist zumindest eine Tür, durch die man durch kann. Ah! Ja. Ja, geil. Probieren wir mal erst mal die hier. Ja, ich komme durch. Nee, also echt. Och, Mann. Das fand einfach noch nie irgendjemand lustig. Da hat auch noch nie ein Spieler gesagt, geil. Nochmal. Eine falsche Tür genommen. Nee. Und dann kommen Tag. Untertitel. Und dann gehen sie sich mal. Ja. Vielen Dank.